Nee, aber der ist verzögert, dann sehe ich nicht. Soll ich die Verzögerung ausmachen? Nee, du könntest aber auf die Kamera in Discord machen, dann habe ich dich auch in Discord. Äh, wieso kommt denn das Boot auf einmal da raus? Oh Gott! Oh nein, nächste Drache. Oh geil, du schaffst es bis nach oben, oder was? Ich will mal pennen. Ich glaube, ich mache gerade eine Abfahrt, die funktioniert. Oh Gott! Ich bin im Baum hängen geblieben. Okay, jetzt ist der Baum das Problem. Also alleine. Shit, Andi haut ja immer ultra schnell. Warum ist der denn jetzt einfach so unfreundlich gegangen? Ich glaube, der Andi hasst ihn ja auch. Nee, Patrick hat das letzte Wort gehabt, ich habe doch geachtet. Er macht mich lassen. Er macht dich nicht mehr. Hm. Träghtины ist nun. Aber...